Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Auf in diese zerblätternde Flasche und den Auftrag abgeben. Na der Zeit, sei vorbei. Und ich kann jetzt endlich hier hin. Gut. Hallo. Hier. Hier. Und was? Aha. Was als nächstes? Wenn man bedenkt, wie ihr die Ladenbesitzer im Griff hattet, habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt. Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Wenn er noch mehr zu holen ist? Ich bin dabei. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr seid ein echter Langfinger. Ihr werdet bestimmt gut zu uns passen. Ich muss euch was fragen. Woran denkt ihr? Ja? In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Wisst ihr was? Ihr bringt uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung. Jo. Bin nehmt verstanden. Na gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Oh ja. Ein kleiner Rundgang in der Diebesgilde. So ist das doch. Angenehm. Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Ja, Geschäft ist Geschäft. Ah. Doppeltüren. Das ist nett. Nein, ich will da rein. Ich wollte ihn nicht anspringen. Ich wollte da rein. Natürlich. Und weiter geht es hier hin. Habe ich eine Quest dafür. Laut und deutlich. Mhm. Na, was hast du vor? Na? Na, Sir? Von dieser Person hier habe ich euch erzählt. Unser neuer Rekrut. Oh ja. Das wird offenlich nicht schon wieder eine Verschwendung von Gildenmitteln, Brinjolf. Bevor wir weitermachen, will ich eines absolut klarstellen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, seid ihr am Ende reich. Wenn ihr die Regeln brecht, verliert ihr euren Anteil. Kein Wenn und Aber. Keine Diskussion. Ihr tut, was wir sagen, wann wir es sagen. Ich mag dich nicht. Habe ich mich klar und deutlich ausgeprägt. Du bist so ein Schmierlappen. Ja, ich verstehe. Gut. Dann ist es wohl an der Zeit, euer Fachwissen auf die Probe zu stellen. Und wie? Wartet mal. Ihr redet doch nicht etwa über Goldenglanz, oder? Selbst unsere kleine Becks ist da nicht reingekommen. Ihr behauptet, dass dieser Rekrut eine Begabung für unser Geschäft aufweist. Oh ja. Dann soll er es beweisen. Gut Goldenglanz ist für einen unserer größten Kunden enorm wichtig. Allerdings hat sich der Eigentümer plötzlich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auszusperren. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Oh, und was habt ihr daran gedacht? Brinjolf wird euch die Einzelheiten erklären. Ich bin hier der Mann für das Probe, wenn jemand eine Abreibung braucht. Ja, ja. Ja. Weil Brinjolf mir versichert, dass ihr ein großer Gewinn für uns seid, könnt ihr mitmachen. Willkommen in der Diebesgelde. Juhu. Willkommen in der Familie, Bürschchen. Ich erwarte, dass ihr reichlich Geld einbringt, also enttäuscht mich nicht. Werde ich nicht. Und wie komme ich zu Anteil? Ganz einfach. Tut, was man euch sagt und haltet eure Klinge sauber. Wir verdienen unser Geld nicht mit Mord. Ihr solltet mit Delvin Mallory und Vex reden. Sie kennen sich aus und können euch ein paar zusätzliche Aufträge verschaffen. Aha, Delvin Mallory. Und sprecht mit Tonelia in der zersplitterten Flasche. Sie kümmert sich um eure neue Rüstung. Okay, neue Rüstung. Gut Goldenglanz. Gut Goldenglanz ist eine Imkerei. Dort liefern die verdammten kleinen Biester ihren Honig ab. Das Gut gehört einem großmäuligen Waldelfen namens Aringoth. Ihr müsst ihm eine Lektion erteilen, indem ihr drei der Bienenstöcke niederbrennt und den Tresor im Haupthaus leerräumt. Aha. Und was ist so ein Haken? Der Haken besteht darin, dass ihr nicht einfach alles niederbrennen könnt. Der bereits erwähnte wichtige Kunde Mercer wäre in diesem Fall außer sich vor Wut. Klingt sinnvoll. Ja, unsere Kunden zu verärgern ist das Letzte, was wir tun wollen. Und was ist mit... Maven möchte, dass Aringoth am Leben bleibt. Wenn er euch jedoch daran hindert, den Auftrag zu erledigen, tötet ihn. Für die Gilde hängt viel davon ab. Lasst mich nicht dumm dastehen, indem ihr es vermasselt. Warum hat es so rumgeleckt? Wie zerstöre ich sie? Sie sind wie kleine Festungen aufgebaut, um dem Wetter zu trotzen. Ihr Schwachpunkt ist jedoch das Feuer. Außerdem wird eine riesige Rauchsäule den Einwohnern von Rifthorn perfekt verdeutlichen, dass wir es ernst meinen. Oh ja. Burning, burning, burning. Ich gebe euch einen guten Grund. Maven Schwarzdorn. Oh ja, sie ist mächtig. Sie ist mächtig. Sie müssen den Honig für die Brauerei importieren, was ihren Gewinn schmälert. Also ist sie die... Einflussreichste? Wir hatten eine Vereinbarung mit Maven und achteten auf gut Goldenglanz, um den Honig fließen zu lassen. Wenn es Probleme mit den Eltern gab, haben wir uns darum gekümmert. Mitbewerbern, die Honig von Aringoth kaufen wollten, stahlen wir die Ladung. Im Gegenzug ermöglichte es uns Maven, Aringoth zu erpressen und reichlich Geld zu scheffeln. Aha. Sagen wir es mal so. Wer... steht in Rifthorn ohne Mavens Zustimmung. Heißt... Ein Wort von ihr, und ihr könnt den Rest der vierten Ära im Gefängnis verbringen. Oh ja. Noch mehr gut Goldenglanz. Gut Goldenglanz hat der Gilde Unmengen eingebracht. Man könnte es als unser bestes Geschäft bezeichnen. Dann zahlt Aringoth aus heiterem Himmel unseren Anteil nicht mehr. Merser war nun verärgert, um es milder auszudrücken. Oder mehr als verärgert. Wütend. Also haben wir weggeschickt und dann herausgefunden, dass er Söldner angeheuert hatte, um das gut zu bewachen. Söldner? Genau. Aringoth hat die Wachen zum Teufel gejagt und die gesamte Insel befestigt. Okay. Es ist gerade nochmal mit dem Leben davon gekommen. Ihr solltet mit ihr reden, bevor ihr geht. Oh ja. Vorbereitung treffen. Seid auf der Insel vorsichtig. Diese Söldner nehmen keine Gefangenen. Oh ja. Das hier wird ja... Das wird doch lustig. Hehehe. Das wird lustig, dort einzubrechen. Ich brauche nur ein paar Informationen und schon kann es losgehen. Ihr seid also der neue Rekrout. Ja. Bevor wir anfangen, will ich zwei Dinge unmissverständlich klarstellen. Mhm. Zum einen, ich bin der beste Infiltrierexperte, den dieses Rattenlauf von Gelde zu bieten hat. Wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, habt ihr euch getäuscht. Oh ja. Und zum zweiten, ihr folgt meinem Beispiel und tut genau, was ich sage. Keine Fragen, keine Ausflüchte. Dann verstehen wir einander ja. Oh ja. Jetzt ist es Zeit, dass ihr Erfahrungen sammelt und ich will keine Zeit mit Nebensächlichkeiten vertrödeln. Genau. Nebensächlichkeit ist Zeitverschwendung. Worum geht es denn? Ich will nichts beschönigen. Es geht uns hier unten nicht gut. Habt ihr Ahnung warum? Wer weiß. Der alte Davin glaubt, es sei ein Fluch im Spiel. Ich glaube, er ist verrückt. Wenn ihr mich fragt, dann ist das einfach bloß Pech. Ihr könnt uns da draußen wieder einen Namen machen. Dafür sorgen, dass sie uns fürchten. So wie früher einmal. Und dabei könnt ihr auch gleich ein wenig Geld verdienen. Das ist doch kein schlechtes Geschäft. Was meint ihr? Ja, sinnvoll. Schloss knacken? Na schön. Aber wenn ihr verhaftet werdet, schiebt die Schulden nicht auf mich. Das kann ich ja leicht zahlen. Oh ja. So wollte ich es haben. Ist das jetzt mal ein Stein was wert? Ist das schon eine Weile her, seit ich einen davon gesehen habe? Das ist ein Stein von Barenzia. Ist das etwas wert? Nicht in diesem Zustand. Den Stein hat ein Dieb aus der zeremoniellen Krone Barenzias entfernt, um seine Spuren zu verwischen. Wie viele gibt es? Ich glaube, es waren insgesamt 24. Oh, weia. Die meisten Leute bewahren sie nur als Kuriosität auf. Im Laufe der Jahre haben einige Gildenmitglieder versucht, sie zu finden, aber ohne Erfolg. Nun, bis jetzt. Und nicht kaufen? Ich kann nur Dinge kaufen, die ich schnell mit Gewinn weiterverkaufen kann. Okay. Und diese Steine will niemand haben, wenn nicht der ganze Satz beisammen ist. Ich sage euch etwas. Kommt wieder, wenn ihr auch die restlichen gefunden habt. Sonst behaltet ihn. Oh ja. Vielleicht bringt er euch Glück. Goldenglanz? Hattet ihr Probleme? Das stimmt. Dieser Taugenichts von einem Waldelfen, der ist viel schlauer, als ich erwartet hatte. Könnt ihr es fassen, dass dieser Mistkerl seine Wachen mehr als verdreifacht hat? Es müssen acht von ihnen dort drinnen sein. Als wollte er uns herausfordern, zu kommen und ihn zu holen. Irgendwelche Tipps? Nun, es gibt einen alten Abwassertunnel, der sich auf der nordwestlichen Seite der Insel in den See ergießt. So bin ich dort hineingelangt. Sicher ist er immer noch unbewacht. Oh ja. Fortzugehen, ohne einen Auftrag anzunehmen. Das ist wie ein fetter Beutel voller Münzen auf dem Tisch liegen zu lassen. Ein guter Vergleich. Ja, 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 ja. Ich muss hier noch was erledigen. Die neue Rüstung. Ladeball, Ladezeit. Ladeball, Ladezeit. Kommt mal kurz her. Äh, nein, ich suche jemanden. Hey, hey, ich will mit euch reden. Jetzt. Hä, warum? Ich glaube... Dann war das doch da hinten. Warten ist langweilig. Ja, 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 ja. Brinjolf also. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße aufgegriffen und euch einfach ins kalte Wasser geworfen. Ohne euch die Kleinen. Na, wo bist du? Richtig. Mir egal, ob ihr der beste Freund des Gildenmeisters seid. Wenn ihr etwas versucht, zertrümmere ich euch den Schädel. Wo ist die Person, die ich suche? Wir sind auf euch gerichtet. Enttäuscht uns nicht. Ihr seid also der neue Rekrut. Ah, du bist jetzt also... Es sieht so aus, als ob wir uns gut miteinander vertraut machen müssen. Mhm, warum? Ich bin hier unten der Hehler. Wenn ihr etwas habt, das euch nicht wirklich gehört, zahle ich dafür. Abzüglich eines kleinen Gildenanteils, versteht sich. Aha. Ab und zu kann ich für eine kleine Gebühr auch einige für unsere Branche nützliche Dinge anbieten. Natürlich. Wie wäre es, wenn ich euch von Heulern niederschlagen und in die Zisterne werfen lasse? Okay. Ich bin schon lange im Geschäft und habe alles gesehen. Ihr könnt auf hart machen. Auf intelligent. Heißt du, du hast viel Erfahrung. Letzten Endes interessiert uns hier unten nur, wie viel Gold ihr uns einbringt. Verstanden. Gut, dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hier ist eure Rüstung. Sorgt dafür, dass ihr sie gut nutzt. Oh ja. Was können die Sachen, die ich bekommen habe? Mhm. Wir sagen, die Sachen, die ich anhabe, sind besser. Die Werte. 12, 17, 38. Also, das ist auf jeden Fall mehr. 12, 12. Hm, die sind zwar weniger, aber haben bessere Sachen. Alle Augen sind auf euch gerichtet. Enttäuscht uns nicht. Ja, 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 ja. Und ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und bis zum nächsten Part. Du Lexinski in. 13, 22, 16. 27, 23. 28, 25, 25. 29, 25.